Man sagt, kranke Delfine genesen schneller, wenn sie mit ihm im Ozean schwimmen. Man sagt, Neil Armstrong sei auf dem Mond aus Versehen in seine Fußstapfen getreten. Man sagt, im Urlaub geht er gerne schnorcheln. Im Marianengraben. Es beginnt. Hans Sabei. Das T steht für Coach. Ab 17. November, jeden Sonntag, 18.15 Uhr auf Tele 5. Im thiessen.